Guten Morgen allerseits. Ich bin Kasim Assis. Ich bin Professor für Neuro-Gastroenterologie in London. Ich möchte über gastrointestinale Komplikationen bei EDS sprechen. In dieser Präsentation werde ich versuchen, mich auf die ungewöhnlichen Komplikationen zu konzentrieren und auch auf weniger bekannte Komplikationen von EDS, wie zum Beispiel vaskuläre EDS. Das ist kurz eine Beschreibung der Symptome, der gastrointestinalen Symptome bei Patienten mit H-EDS. Die Untertypen von EDS können ähnliche Symptome aufweisen. Und wenn wir die Liste hier betrachten, dann sehen wir, dass einige gemeinsame Symptome hier anzutreffen sind. Wie zum Beispiel Magenbrennen. Das ist sehr häufig anzutreffen. Und auch die Erblähungen finden wir häufig. Die Spepsie ist ebenfalls anzutreffen. Zwei Typen der Indigestion. Das postpartiale Erfüllungssyndrom. Und beide Formen sind wirklich sehr oft anzutreffen in der Klinik. Am häufigsten sehen wir abdominale Schmerzen. 56 bis 100 Prozent der Patienten haben derartige Probleme, der Abdomenenergie vorzuweisen. Und dann gibt es andere Probleme, wie zum Beispiel Verstopfung, Rang anhaltende Verstopfung. Und beziehungsweise Reizdarmsyndrome, was wir auch oftmals bei Patienten mit EDS beobachten können. Ja, das sind die Symptome. Aber welche Komplikationen kann es diesbezüglich geben? Hier habe ich es unterteilt in verschiedenen Kapiteln. Auf der einen Seite haben wir anatomische Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel die Darmorgane werden in ihrer Struktur dann abnormal verändert. Und das führt zu verschiedenen Symptomen. Die werde ich in Kürze jetzt noch einmal ansprechen. Das sind einige Probleme, die oftmals sehr schwer zu behandeln sind, wie zum Beispiel die Erröhre und in Abwechslung mit Verstopfung und so weiter. Und dann haben wir Schmerzen der Darmwände. Das ist von den Organen ausgehend, aber das kommt im Zusammenhang mit den Muskeln und den Nerven an der Darmwand. Dann haben wir das Symptom der Mastzellaktivierung, das vor allem im Darmtrakt. Und die Eosinophil-Esofagitis, das ist allergiebedingt und das ist eine Aktivierung der Allergiesymptome, vor allem im Bereich des Eosinophil-Esofags. Und dann gibt es zum Teil vaskuläre Beeinträchtigungen. Hier kann es zu Aneurysmus und anderen Komplikationen führen. Ich möchte speziell auf die vaskuläre EDS ansprechen. Und dann haben wir unter anderem auch die POTS. Und wir können kurz darauf Bezug nehmen, wie POTS den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt. Es gibt verschiedene Arten von Hernien. Einige beziehen sich auf die Darmwand und das sind sogenannte Schwächepunkte des Darms. Rechts sehen wir eine Skizze. Hier sehen wir die Muskulatur in der Darmband. Und hier sehen wir den Darm, wie er diese Wand praktisch einzwingt und nach außen drängt. Und hier sehen wir eine Art Schleife des Darms, die von den Muskeln auch nach außen bewegt wird. Das kann mit einer Fettansammlung verbunden sein in der unteren Hautschicht. Und das, wie gesagt, geht einher mit dieser Schleife, die sich hier herausgebildet hat. Und das kann mit einem leichten Druck zurückgesetzt werden in seine ursprüngliche Position. Und wenn sich dieser abdominale Druck erhöht, dann kann es zur Hernienbildung kommen. Und das kann mitunter mit durch leichten Druck zurückgeführt werden. Aber manchmal verbleiben sie auch, werden zu einer klaren Hernie. Und dann sehen wir diese Ansammlung, diesen Ball, der sich hier bildet. Es gibt verschiedene Achsen dieser Darmwand. Hier haben wir den mittleren Teil und hier sehen Sie, dass die Muskelschicht verletzt worden ist durch die Chirurgie. Und es kann auch unterhalb des Brustbeins zu einer Hernie kommen und im ingualen Bereich, im femoralen Bereich, in der Pelvisregion. Und diese Hernien, die hier aufgeführt sind, sind höfiger anzutreffen bei Patienten mit EDS. Das ist anzutreffen beim klassischen Typ, beziehungsweise beim vaskulären EDS-Typ. Hier sehen wir andere Hernien auch. Das heißt, das ist eine Hernie, wo ein Teil des Magens praktisch in den Brustbereich gedrückt wird. Das geht durch den Brustbereich und geht jetzt praktisch durch das Diaphragma. Hier ist der Hyattos zu finden. Hier haben wir die Magenhöhle. Und diese beiden Höhlen verbinden praktisch den Oesophagus mit dem Magen. Und somit über diese Hernie kommt es dazu, dass dieser obere Bereich jetzt nach unten gedrückt wird, praktisch eingedrückt wird. Und die Patienten mit Herdoshernie haben oftmals einen Trend hin zum Reflux und anderen Problemen. Das kann dazu führen, dass sich dort Nahrung ansammelt. Das kann zu Schluckproblemen führen. Und das kommt dann praktisch wieder zurück in den Oesophagus und kann unterbrochen werden. Das kann auch zu größeren Komplikationen führen. Aber das ist weniger häufig der Fall als das, was ich bisher angesprochen habe. Dann gibt es auch einige anatomische Probleme wie Visteroptose, wie wir hier beschrieben haben. Das heißt, die Organe hängen ziemlich weit nach unten. Hier sehen Sie das auf der Röntgenaufnahme. Hier sehen wir den Magen. Der Magen hängt praktisch bis in den Beckenbereich. Und das ist eine Ptose des Magens. Hier haben wir eine andere Röntgenaufnahme. Hier ist der gesamte Dünndarm im Pelvisbereich. Und das wiederum. Hier links unten sehen Sie den Transversen-Dickdarm. Der praktisch unter dem Diaphragma verläuft. Der aber auch praktisch in den Beckenbereich heruntergefallen ist. Eine Ptose im Pelvisbereich. Und hier sehen wir, inwieweit die Blutgefäße, die Nerven und so weiter auch beeinträchtigt werden können. Die Patienten haben diese Schwerfälligkeit. Sie haben Pelvisprobleme, Blutungen und so weiter. Und sie haben das Gefühl, dass es praktisch alles nach unten fällt, wenn sie stehen. Und kürzliche Untersuchungen haben belegt, dass dies Folgen hat auf den Blutkreislauf. Und dass somit auf die wichtigen Arterien Druck ausgeübt wird, was wiederum deren Verlagerung im misenterischen Bereich zur Folge hat. Und wie gesagt, auch der Blutfluss kann in diesem Bereich beeinträchtigt sein und verringert werden. Wie werden diese Hernien behandelt? Es kann chirurgisch therapiert werden. Hiatushernie kann auch operiert werden. Bei diesen Viceroptosen müssen wir natürlich berücksichtigen, was können die Ergebnisse dieser chirurgischen Eingriffe sein. Es fehlt noch an weiteren Erfahrungen in diesem Zusammenhang. Es ist, wie gesagt, sehr selten in dieser Art anzugehen. Oftmals ist die Behandlung symptomatisch, damit der Patient besser damit zurechtkommen kann. Die Verstopfung ist auch oftmals anzutreffen bei Patienten mit EDS. Hier sehen wir die Marke. Das sind ein paar Kapseln, die eingeführt worden sind. Diese Röntgenaufnahmen sind fünf Tage später angefertigt worden. Und diese Kapseln befinden sich weiterhin im Darm. Wir sehen, dass es eine langsame Darmbewegung gibt, einen langsamen Peristaltismus sozusagen. Dann gibt es auch eine Evakuationsdysfunktion. Hier kann es anatomische Beeinträchtigungen geben. Links sehen wir die normale anatomische Gestaltung des Pelvisraums, Rektum, den Cholonsigmoides. Dann die Blase, Uterus und die Vagina. Und Patienten mit EDS haben öfters Rektuszähle auch vorzuweisen. Und das ist ein Problem, das dann auch zu Problemen der Inkontinenz führen kann. Dann kann es auch interne Rektumprolaps geben. Und das wiederum kann auch zu dieser Dysfunktion führen. Und es gibt auch gute Spezialisten, Chirurgen, die diese Dysfunktion erfolgreich beheben können. Wenn es zu einem Prolaps kommt, außerhalb des Rektums, kann es zu größeren Problemen kommen. Das kann lediglich chirurgisch behoben bzw. therapiert werden. Diesen sogenannten Overflow-Durchfall. Hier sehen wir eine Art Wasserfall. Also hier sehen wir Eis, einen Eisblock. Und um diesen Eisblock herum fließt Wasser. Das Wasser fließt nach unten. Und das Gleiche erfolgt bei Patienten mit starker Verstopfung. Denn somit kann sich ihr Darm nicht ausreichend bewegen. Und wenn dann dieser Bruch erfolgt, dann kommt alles mit einem Mal sozusagen bis zum Rektum. Das führt zu einer Dringlichkeitsevakuation. Das heißt, es hat sich eine fäkale Masse und viel Wasser angesammelt. Und wie gesagt, das ist dann zu einem Dringlichkeitsdurchfall. Und es kann sogar so weit führen, dass die Patienten dann Mittel bzw. Medikamente einnehmen müssen, um den Durchfall zu unterbrechen bzw. aufzuheben. Und das kann das Problem noch weiter verschlimmern. Denn das Ganze sammelt sich dann an. Und dann werden unter anderem Medikamente auch eingesetzt, die für die Vorbereitung des Patienten für Kolonoskopie verwendet werden. Und dann wird sich die Situation mitunter verschlechtern. Dann muss genau abgewogen werden, in welchem Fall diese medikamentöse Behandlung angesetzt ist. Dann gibt es auch die sogenannten Muskelschmerzen im abdominalen Bereich. Das sieht man hier. Hier sehen wir die einzelnen Muskeln bzw. Nerven, die hier mit beeinträchtigt sind. Vor allem die Rektosmuskeln sind hier, die Rektorenmuskeln sind hier betroffen. Und diese, die sollen hier besonders gefördert werden bei vielen. Und diese weißen Streifen, die Sie hier sehen, das sind Nerven, die dann diese Muskeln innervieren. Sie gehen nach unten und das liegt also unterhalb des Rippenbogens. Und diese anterrieren Kutanen nerven, durchlaufen den Muskel und gehen in einen Kanalübel. Hier sehen wir eine Art weißes Band, das dieses Gewebe durchdringt. Das ist ein Faserkanal und somit wird die obere Schicht des Muskels mit Blut versorgt, vaskularisiert und dieser Nerv kann aber auch über diesen Kanal durch den Druck der Muskeln beeinträchtigt werden. Das sehen wir auch zum Beispiel beim Reiten, wenn ein Reiter die ganze Zeit eine bestimmte Position einnimmt, dann kann dieser Nerv eingeklemmt werden. Das kann auch nach Chirurgien der Fall sein, wenn es Appendectomie gegeben hat, dann kann unter anderem auch dieser Nerv hier eingeklemmt werden. Oder nach einem Traumatismus bei Patienten mit EDS kann das ebenfalls der Fall sein. Und wenn wir, denken wir daran, wie viel Kraft durch die Muskeln ausgeübt wird, diese abdominale Muskulatur. Und deshalb wird der Nerv hier eingeklemmt. Es wird jetzt in unserer Abteilung eine Studie durchgeführt zu diesem Thema. Wir sind zum Schluss gekommen, dass diese Abdominalgie oftmals bei EDS-Patienten anzutreffen ist. Der Nerv wird eingeklemmt und das führt zu entsprechenden Schmerzen. Und das ist ein permanenter Schmerz, der dann schlimmer wird mit der Bewegung. Das heißt, selbst wenn man sich im Bett bewegt, kann es zu Schmerzen führen. Das ist ein sehr lokalisierter Schmerz. Es können verschiedene Nerven hiervon betroffen sein. Denn es kann auch diffus sein, denn der Schmerz kann sich verbreiten. Wir können konservativ diese Situation beheben. Hier kann Wärme mit einem Wärmepflaster angewandt werden. Es können auch nichtstereute Gels eingesetzt werden oder Analgetika, topische Analgetika unter anderem. Es können Übungen zur Stärkung der Muskulatur durchgeführt werden. Also Physiotherapie ist sehr wichtig. Bei uns haben wir einen wunderbaren Physiotherapeuten, der vielen unserer Patienten geholfen hat, um die sogenannten Trigger-Points zu entlasten. Und wenn all diese Maßnahmen nicht funktionieren, dann versuchen wir unter anderem mit lokaler Anästhesie oder mit Botox-Injektionen dies zu beheben. Manchmal ist die Verbesserung nur über einige Wochen anzuhören. Dauert sie nur einige Wochen an. Und wenn das alles nicht geholfen hat, wird eine Neurektomie durchgeführt. Das heißt, der Kanal wird dann chirurgisch unterbrochen. Es gibt nur sehr wenige Chirurgen, die wirklich sich entschließen, eine Neurektomie durchzuführen. In Eindhoven, in Holland, gibt es eine Klinik, wo man auf diese Art von Chirurgie spezialisiert ist. Die Mastelaktivierung, dieses Thema werden Sie sicher in den nächsten Tagen noch besprechen. Hier ist anzumerken, dass die Freisetzung von Histamin auch im gastrointestinalen Bereich mit Folgen versehen ist. Die Patienten sprechen von einem krampfartigen Schmerz oder plötzlichem Durchfall beziehungsweise sofort nach dem Essen haben sie dann mit großen Blähungen zu kämpfen. Und das ist wirklich oftmals anzutreffen. Sie haben auch andere Symptome aufzuweisen, kardiovaskuläre Symptome zum Beispiel. Sie haben Wärmewahlungen oder Herzrasen. Mitunter können sie auch, kann es zu Hautrötungen kommen, schwitzen und so weiter. Ich denke, dass es hier um eine Mastzellaktivierung handelt. Ich möchte nicht weiter auf die Behandlung eingehen, auf die Therapie eingehen. Das werden meine Kollegen noch tun. Hier können Antihistaminika vom Typ 1 und Typ 2 eingesetzt werden und derzeit gibt es Probleme mit der Herstellung. Also es ist schwierig, Antihistaminika vom Typ 2 zu bekommen. Dann, wie ich bereits gesagt habe, die Leukotrienblocker. Und hier haben wir Tetotryphen oder Sodiumchromokrilat. Das kann sehr gut sein für viele Patienten. Diese Art von Therapie hat bisher sehr gut angeschlagen. Und was die Eosinophilische Eosophagitis betrifft, also hier gibt es eine Ansammlung in der Speiseröhre. Hier links sehen wir die Aufnahme einer normalen Speiseröhre. Also eine glatte Oberfläche, leicht gerötet. Rechts sehen wir einen Patienten mit einer Inflammation mit der Speiseröhre. Hier haben wir diese Art von Ringe, die sich im Eosophagus angesammelt haben. Das hat sich auch gehärtet durch diese Eosinophile, die sich hier angesammelt haben, durch deren Aktion, besser gesagt. Und das kann über eine Biopsie diagnostiziert werden. Oftmals müssen mehrere Biopsien angefertigt werden, weil die Bilder, die nicht immer aussagekräftig sind, wenn man viele Eosinophilische Eosinophilische in der Speiseröhre nachweisen kann, wird eine entsprechende Therapie verordnet. Normalerweise haben wir es mit einem sauren Umfeld zu tun. Aber wenn dieser Reflux nicht die Ursache ist, müssen wir nach anderen Ursachen suchen. Also leichtere Symptome können über die Ernährung jetzt behoben werden. Die Verbindung von sechs verschiedenen, oder das Verbot von, oder das Ausschließen von Soja, Weizen, Milch, Trockenfrüchten oder Fisch zum Beispiel. Und es kann auch Inhalationssteroide verabreicht werden. Das heißt, sie werden nicht nur in unsere Lungen gelangt, sondern sie werden verschluckt, um den Oesophagus zu therapieren. Nach einer Woche sind normalerweise die Symptome behoben. Manchmal müssen auch orale Steroide verabreicht werden. Aber viele unserer Patienten können ihre Symptome der Thoraxschmerzen zum Beispiel oder Dispepsie dann auch verbessern. Diese Symptome können schnell behoben werden. Und wenn wir dann die vaskuläre Absperrung betrachten, dann muss ich sagen, dass dieses Syndrom in den letzten Jahren sehr viel Respekt untersucht worden ist. Das heißt, die Arteria Mesenterica Superior hat einen Zweig, der am Magen vorbeiführt. Und hier haben wir die Verbindung des Magens zum ersten Teil des dünnen Darms. Hier haben wir eine Form, eine C-Form sozusagen. Und hier wird eine Verbindung hergestellt zur Arteria Mesenterica in seiner Verbindung mit der Aorta. Und normalerweise ist diese Arterie getrennt vom Zwölffingerdarm über eine Fettschicht. Aber wenn diese Fettschicht verloren geht, dann fällt diese Arteria Mesenterica praktisch nach unten. Und das kann zu einer Obstruktion des Zwölffingerdarms führen. Das kann zu Brechreiz, zu Erbrechen führen. Und wenn der Magen geleert wird als Probe, können wir dies auch verfolgen in der Diagnose. Das sollten wir auch in Betracht ziehen, wenn es zu einem schnellen Gewichtverlust kommt. Wenn es hier zu einer Einengung des Zwölffingerdarms kommt. Hier müssen wir beachten, dass die Nierenarterie, über die die Niere versorgt wird, auch verbunden sein kann mit großen Schmerzen und letztlich auch die Nierenfunktion beeinträchtigen kann. Das wäre sozusagen das Syndrom des Nussknackers. Hier gibt es auch eine vaskuläre Obstruktion. Hier sehen wir, dass die Gefäße praktisch in den Beckenraum fallen. Hier spalten sich die Arterien in zwei Zweige auf. Hier gibt es eine Verengung der Beckenmenne. Und dieses Tier, die Ramifizierung dieser Arterie. Hier sehen wir die linken Nierenvene. Und das kann letztlich auch die Blutversorgung dieser Region, vor allem im unteren Bereich des Darms, verursachen. Auf der anderen Seite haben wir das Syndrom der Bänderschwäche. Dieses Ligament, das sich am Ausgang der Thoraxchülle mit der Orta verbindet. Hier haben wir die Vena Ciliaca, Arteria Ciliaca. Und dieses Ligament und diese Arterie können sich nach oben verschieben, beziehungsweise das Ligament kann anormal sein und letztlich eingequetscht werden. Das kann nach dem Essen zu starken Schmerzen führen. Also müssen wir das genau untersuchen bei unseren Patienten. Denn dieser Schmerz kann dadurch bedingt werden. Das ist ein sehr klarer Schmerz, ein klarer postpartialer Schmerz. Und hier kann es zu einem spontanen Magendurchbruch kommen, wenn es eine Hernie, der Magenband gibt. Und dieser Muskel, hier kann es einen Muskel-Effekt geben. Und wenn es hier zu einer Obstruktion der Gefäße kommt, kann es zur Gefäßneur-Nekrose führen, was letztlich eine Perforation, eine Hämorrhagie zur Folge haben kann, was mit schweren und lebensbedrohlichen Folgen verbunden sein kann. Hier sehen wir einen Patienten, er stehend. Und wir sehen eine Luftansammlung. Das ist ein chirurgischer Notfall. Der Patient muss sofort operiert werden. Das ist eine Hernie, die zu dieser Perforation geführt hatte. Aber hier sehen wir, wie diese spontane Perforation durchaus möglich ist. Hier sehen Sie die normale abdominale Aorta. Diese hat sich hier verdickt. Denn das kann auch zu schweren internen Blutungen führen. Das muss dann wirklich als Notfall behandelt werden. Diese Aneurysmen können wir auch an anderen Stellen finden. Hier sehen wir einen klaren Fall von abdominale Blutung. Sie ist sogar sichtbar geworden auf der Haut. Und bei diesen Hämatomen sehen wir, dass es sich um ein Dickdarmproblem bzw. um eine Blutung im Darmbereich bzw. im Magenbereich handelt. Und das kann auch ein Notfall bei Patienten mit vaskulärem EDS sein. Also ein Notfall, der dann sofort behandelt werden muss. Ich habe bereits gesagt, dass wir auch über eine Tenazin-X-Defizienz sprechen möchten. Das heißt, bei Patienten mit Hyperlaxität, die Vernarmung verläuft langsamer. Es ist eine Hyperlaxe Haut und je nach ihrer Insuffizienz können sie entweder ein klassisches EDS oder ein Hyperlaxes EDS vorweisen. Die Patienten klagen über die Symptome, die ich angesprochen hatte. Hier grau sehen wir Patienten mit Tenazin-X-Defizienz. Hier sehen wir auch Symptome von Reflux, Durchfall, Verstopfung usw. Die Patienten mit Tenazin-X-Defizienz haben hier höhere Punktwerte verzeichnen müssen. Zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Die Kommunikationen bei vaskulärem EDS beziehen sich hauptsächlich auf Perforation von Organen oder Blutungen. Bei den Koloniskopien sehen wir hauptsächlich eine größere Blutungsneigung. Bei Hyperlaxenspektrum ist dies weniger der Fall. Wir haben darüber hinaus gesehen, dass es ein erhöhtes Risiko bei Koloniskopien bei diesen Patienten mit Hyperlaxen EDS gibt. Die Perforationen im Bereich des Öpsofaros sind ebenfalls beschrieben worden. Und darüber hinaus gibt es auch Thrombosen bzw. Brüche nach entsprechenden Chirurgien. Ja, das muss es meinerseits gewesen sein. Ich möchte verschiedenen Kollegen hier auch meinen Dank aussprechen, die mir in den letzten Jahren sehr geholfen haben. Ich danke Lada Blum für die Unterstützung. Vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.